In dieser Aufgabe probieren wir mit Hilfe von Variablen einen Punktestand einzubauen. Gehe zuerst unter Erkunden in der Startansicht und gebe im Suffer die Zahl 13269 ein. Nun sollte ein Programm angezeigt werden. Lade dir dieses Programm herunter und öffne es anschließend. An diesem Programm musst du nun weiterarbeiten. Das Programm ist ein Spiel und Ziel des Spiels ist es, den blauen Alien zu fangen, ohne den grünen zu berühren. Probiere hier nun einen Punktestand einzubauen. Immer wenn du den blauen Alien berührst, bekommst du einen Punkt. Wenn du den grünen berührst, wird ein Punkt abgezogen. Du brauchst hierfür eine Variable sowie eine Anzeige für den Punktestand. Wenn du willst, kannst du natürlich auch noch ein Zeitlimit einbauen. Viel Erfolg! Ola! Ola!